das ist jetzt extra wegen der beschissenen wette hier eine normale waage so stell dich drauf hier ist das gewicht 60 also 59 also du bist ja zwei testperson also dann kommt ja ich hab dein gesicht mehr drauf kaiser redner das hört man also so wird hier gezockt da anlage da anlage da anlage da anlage da anlage da anlage da ein schöner rechner dann da anlage leg dich hin jetzt leg dich hin so hier zwei finger bist du bereit jetzt ist die hose ganz egal jetzt ist die hose schon kaputt ist moment du musst filmen du musst filmen dass man sieht dass ich nur zwei finger benutzt und das ist dass du in die duft gehst es hat man gesehen auf jeden fall ok als Beweis Video